Die zu veräußernde Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Niedernhausen. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Die zu veräußernde Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Niedernhausen. Die Etagen-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 108.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. »